Herzlich Willkommen bei SpanZet. Wir könnten Ihnen jetzt erzählen, wie viele Standorte wir weltweit haben, dass wir über 800 Mitarbeiter beschäftigen und wie viele Tausende von Produkten wir jedes Jahr herstellen. Wir könnten auch darüber sprechen, dass wir zu den führenden Herstellern von Sicherheitssystemen gehören und dass wir einer der Pioniere bei der Entwicklung des Sicherheitsgurtes waren. Aber lassen Sie uns lieber darüber sprechen, was für uns am wichtigsten ist. Unsere Mission. Wir arbeiten jeden Tag hart daran, für Sicherheit zu sorgen. Ob in der Höhensicherung, der Hebetechnik, der Ladungssicherung oder im Safety Management. Wir verstehen die besonderen Herausforderungen unserer Kunden, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Durch die intensive Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der SpanZet-Gruppe sind wir in der Lage, präzise, effiziente und qualitative Lösungen anzubieten. Unsere interdisziplinäre Expertise ermöglicht es, ein breites Spektrum an Anforderungen abzudecken. Ganz nach dem Motto, alles aus einer Hand. Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir anspruchsvolle, innovative und individuelle Lösungen an, die die höchsten Ansprüche erfüllen. Qualität made in Germany. Sicherheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Es geht darum, potenzielle Gefahren zu erkennen und Risiken zu vermeiden. Unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser umfassendes Know-how bilden die Basis für einen idealen Arbeitsschutz. Wir bieten Ihnen optimales Equipment für jede Situation, auf das Sie sich jederzeit verlassen können. Aber das ist noch nicht alles. Die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern hat bei uns einen hohen Stellenwert. Unsere Seminare, Schulungen und Praxistrainings sorgen für eine optimale Wissensgrundlage, um Ihre Mitarbeiter perfekt auf jede Herausforderung vorzubereiten. Dabei nutzen wir nicht nur traditionelle Schulungsformate, sondern auch innovative Lernmethoden wie Virtual Reality und E-Learning. Die Erfüllung immer höherer Sicherheitsstandards, nicht nur in physischen Prozessen, sondern auch in digitalen Systemen. Die Kenntnis von internationalem Regelwerk und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, all dies gehört zur Spannset-Qualität. Aber wofür das Ganze? Wir sagen es Ihnen. Für Sie. Wir möchten Ihnen die Sicherheit geben, die Sie verdienen. Damit der Arbeitsalltag für alle sicherer wird. Damit Sie sich keine Sorgen um Ihre Liebsten machen müssen. Damit wir nachts alle ruhig schlafen können. Spannset. Certified Safety. Spannset. Vielen Dank.